«Kampf gegen patriarchalische Gewalt. Das Kollektiv Mirabal setzt sich gegen Gewalt an Frauen ein und hat diese Demos in Biel initiiert. Rund 100 Personen sind am Sonntag am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen bis in die Bieler Altstadt gelaufen. Zudem gab es im Haus Bourbien eine Ausstellung, Selbstverteidigung-Workshops und Diskussionsrunden. Ich denke, es ist wichtig, über patriarchalische Gewalt zu sprechen, dass die Leute wissen, dass es das gibt, dass es sehr wichtige Zahlen sind und dass es überall auf der Welt existiert und dass man reagieren muss, dass die Opfer keine Angst mehr haben.